Sonntag, 27. Oktober, 13 Uhr, Schimnitz gegen Kaiserslautherren, 3 zu 1. Er ist Schimnitz, Jakob, Jakob Riehoff, Niklas Hünder, Akal, Iter, Sürin, Rüttemann, Raphael, Gatakia, Eric Dalik, Domino, Daniel, Bandit Amil Bohl, Tobias Müller, Philipp Hossiner, Paul Mielde, Taxisbunker, Da war's von Schimnitz, jetzt kommt dran von Kaiserslautherren, Lena Grill, Janik Sternberg, Käfen Kraus, Dominik Schatt, Lukas Gottwald, Lukas Gottwald, Simon Skarkatis, Carlo Schickeniger, Janik Bachmann, Timothiele, Florian Pick, Christian Kudewetter, Tore schießen von Schimnitz, Tor fuhr, Neun Minuten, 1 zu 0, 4, Philipp Hossiner, 14. Minute, 2 zu 0, Drastas Bunker, 35 Minuten, 3 zu 0, Philipp Hossiner, Kaiserslautern, 45 Minuten, Florian, 3 zu 1, Florian Pick, Gelbe Karte geholt, 49 Minuten, Daniel Boll, Achtens, Daxrisis Bunker, Philipp Hossiner, Niklas Hünder, Jan Botzka, Kaiserslautherren, der hat ein paar Karte geholt, Käfen Kraus, Dominik Schatt, Auswechslung von Schimnitz, rausgehen, Tobias, 58 Minuten, Tobias, Müller, komm rein, Pati, Jan Gerr, 76 Minuten, rausgehen, Erik, da liegt, Spieler reinkommen, den, Jan, 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 Bitzk, 87 Minuten, 78 Minuten, geht raus, Raphael, Kaka, Mannschaft von Spiel, reingehen, Noah, Woku, Kaiserslautherren, 43 Minuten, Gino, äh, rausgehen, Janik Bachmann, geht rein, Gino Frechner, geht, 59 Minuten, geht raus, Simon, Skarkatis, geht rein, Lukas Rössler, Uhrzeit, 8 Uhr, 46, Schuss,